Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im fleischgewordenen Wort in die Welt hineingesagt. Ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil es Gottes endgültige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist. Und dieses Wort heißt, ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Ich bin da, ich bin bei dir, ich bin deine Zeit, ich weine deine Tränen, ich bin deine Freude, ich bin in deiner Angst, denn ich habe sie mitgelitten. Ich bin in deiner Not, ich bin in deinem Tod, denn heute begann ich mit dir zu sterben, da ich geboren wurde. Und ich habe mir von diesem Tod wahrhaftig nichts schenken lassen. Ich bin da, ich gehe nicht mehr von dieser Welt weg, wenn ihr mich jetzt auch nicht seht. Und meine Liebe ist seitdem unbesieglich. Ich bin da. Es ist Weihnachten, zündet die Kerzen an. Sie haben mehr Recht als alle Finsternis. Es ist Weihnacht, die bleibt in Ewigkeit. Karl Rahner aus Der betende Christ Geistliche Schriften und Studien zur Praxis des Glaubens Freiburg 2013 1 1 2 3 4 5 4 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020